Hier ist die Jeansjacke, die Min-Jeans, die ist auf 44 Euro. Ja, auch cool. Auch eine ganz coole Jacke, die ist auch richtig schön fest und hat auch ganz schön Gewichte, also es ist wirklich eine super Min-Jacke. Hier haben wir ein Jäckchen, eine Dusenjacke für 19 Euro. Auch einfach mal so ein bisschen drüber schmeißen. So wie auf dieser Bläser, für 39 Euro jetzt. Ja. Auch reduziert. Dann haben wir diese Kapuzen, die Zwettjacke, auch super schön. Ist auch für 39. Jetzt hast du Blut gedreht, kannst du mal von hinten machen? Danke, jetzt wieder von vorne bitte. Das ist eine gute Markenware. Hier haben wir eine Netzjacke für 24,50 Euro. Auch schön, ja. Kann man gut über Kleider schmeißen, also tragen. Ist aber auch ein schöner, fester Netz, also der hält was aus. Oder über Tops kann man die auch gut tragen. Ja, hier haben wir eine wesentliche Optikjacke, die ist runter von 59 auf 39. Sehr gut ausgearbeitet. Auch hier an der Seite nochmal mit dem Reißverschluss. Sie hat ja noch mehr Angebote. Auch hier haben wir vergessen. Dieser Schicker-Pulli, der gibt es auch im Angebot für 19,90 Euro. Auch ganz interessant gearbeitet, durch den Sommer nicht die Farben. Ja. Sieht auch voll aus. Dann haben wir auch hier für euch. Ups, ich nehme jetzt auch im Angebot. Hier oberhalb, normal, hier unterhalb mit kleinen Steinchen gearbeitet. Hat einen super Sitz, gerade geschnitten, gibt es auch von OCS bis XXL. Ja, diese Chinshose ist im Preis von 24,50 Euro. Dann haben wir auch diese Chins für 39 Euro. Das ist auch eine gute Markenware. Ja. Das war auch in der Star-Jeans, wie die anderen auch. Das sind jetzt alles in der Star-Jeans. Mhm. Die ist auch größer, 36, die Größe. Ich möchte mir das mal da machen. Ja, hier haben wir eine Hose für 10 Euro, also 9,90 Euro. Einfach mal was ganz anderes, ne? Die Farbe mint, genau. Ist auch gut mit Gummizug. Zeige ich euch jetzt. Genau. So. 21 Euro, 90 Euro runter. Mhm. So ein Einzelstück. Also jetzt kann man eine gute M-Größe kann man hier antragen. Hier haben wir eine drauf. Eine sehr gute Größe, wie ihr seht. Mhm. Ihr kennt das Zeichen. Dies geht's auch runter, von 90 auf 49 Euro. Und ist auch eine Größe 1 bis N. Mhm. Mhm. Ich glaube, es geht's. Ja. Ich glaube, es geht's. Und wenn es geht's. Ja.